Au, was ist geschehen? Der ist auf dem Zau drauf. Au. War mir nicht. Warte, fuck, war das? Warte. So. Höh? Warte. Warte, oh, im offen. Was ist geschehen? Es war schon wieder so. Au, jetzt bin ich umgefallen. Ähm. Äh, könnte sein, dass der Panzer nicht mehr fährt. Ach, was? Kack, boob. Mein Rohr ist kaputt. Guck mal, wie tiefgelegt mein Panzer ist. Das ist mal nicht normal. Oh, ja, geht wieder, geht wieder. Ja, hab ich bereit, hab ich befreit. Danke. Kein Ding. Ich will wieder auf die andere Seite. Fettes Ding, ey. Dreh dich mal. Wieso fährt er die Kurve nicht? Oh, weil die Kette kaputt ist. Oh, meine rechte Seite. Da ist die Kette kaputt. Siehst du das? Nö. Nicht? Nö. Egal. Gut. Ich fahr nicht rein. Seh nicht, sie ist eine Palme in mich. Let's go! Ich rutsch mega. Was ist das denn jetzt? Das Tor ist kaputt. Toll. Was geht denn bei dir? Let's chillen. Andere Seite. Andere Seite. Ja, ja, nein, 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 nein. Bei mir war der Fehler. Nein, ich geh auf die andere Seite wieder. Geh auf die Türseite. Wie? Warum machst du? Ja, da so. So. So, einfach so. Just. Jetzt ist die Gute. Wupp, 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 wupp. Ich bin immer noch da. Ich bin weg hier. Want to go. My planet needs me. Was passiert hier gerade? Der nächste Polizeiwagen ist still. So. Die Tür ist aber noch gut. Go! Au. Wieso fällst du denn um? Wieso kitterst du nicht? Licht am Wetter. Au! Das war brutal. Sei mal ein bisschen standhaft, ja? Bist du mir umgefallen? Oh, du tot. Wieso habe ich denn jetzt einen Stern? Das kann doch nie sein. Mann, ich will nur weg. Komm nicht weg von hier. One way, bitte. Mhm. Wieso habe ich denn drei Sterne direkt? Das ist doch, wie hoch ist das doch? Übertrug, ja. Oh, Alter. Wo ist der? Ja, mach das nochmal. Oh. Ich brenne! Hääääääää! Okay. Wannst du? Ja, bist du bereit? Rechts oder links? Die Seite hier, wo ich bin. Von der komme ich. Oh, da ist ein Hubschrauber gestürzt. Kommt das nur? Oh, da kommen ganz viele. Go! Wow! Toll. Ich... Mein... Äh... Mein Spiel kackt gerade ab. Ich sehe so eine... bisschen Wasserfläche. Warte. Es steht, dass der Tank kaputt ist. Oh, ne. Keine Ahnung. Warte. Ich muss mir ein Foto machen. Hab aber immer noch drei Sterne. Irgendwie sieht mich der... Hey, da bist du! Bleib stehen! Hä? Oh, Alter, da ist Dennis! Hä? Bleib mal stehen. Bleib stehen! Warte. Beweg dich mal zurück. Ja, direkt... Da läuft Dennis! Hallo! Was? Ich schicke dir das Foto. Kannst du ja vielleicht ums Video einbinden. Kann ich ja... Einblenden. Hä? Du bist überhaupt nicht. Du bist nicht mal auf der Map. Ja, warte. Ich zeig dir das. Ich seh dich aber. Wo bist du denn? Wo bist du denn? Wie, wo bin ich denn? Wo bist du denn? Bei WhatsApp. Oder willst du das bei Facebook haben? Facebook. Ja, du isst doch auch. Was machst du mir eigentlich mal Vorwürfe? Hm, hm, hm. Oh. Oh, das ist Eis. Hm. Eis. Hehe. Das ist witzig. Nicht, Gerald ruft mich an. Ich hab immer noch... Loll! Hehe. Hä? Das wirst du... Ich aber nicht! Hahaha. Okay, das blende ich definitiv ein. Was ist das denn? Was? Komischer Bug. Hä? Hä? John L.F. Dennis, der bewegt sich! Hehe. Geh mal nach... Äh, lol. Du spackst mich ja rum. Hä? Was haben wir gemacht? Na? Hahaha. Ich lauf' da nur ganz friedlich rum und die ballern mich auf einmal an. Dann mach ich vier Mongos. So die Ballasche oben. Kein Erbarmen. Was ist denn jetzt los? Wat? Jetzt flieg ich? Jetzt seh ich mein Fallschirm. Was? Jetzt seh ich dich ja in der Luft. Ich seh... Ich bin in der Luft? Ich hab grad mein Fallschirm glaub ich auch gemacht. Oh, ich... Ich falle! Ich falle! Hahaha. Ich seh dich nicht. Fang mich! Wo bist du? Ich falle vom höchsten Punkt. Lol, ich bin nicht mal auf der Map drauf. Ich bin... Lol. Versuch mal auf mich drauf zu fliegen. Kann ich nicht. Ich bin nicht auf der Map drauf. Ich falle in den Ozean. Aber ich bin am höchsten Punkt der Welt gewesen. Ich konnte alles sehen. Grenzen von allem. Höher als jedes Flugzeug fliegen kann, war ich. Und ich falle immer noch. Und ich... Ich falle immer noch. Und immer noch. Ich bin immer noch über den Wolken. Scheiß Wetter gerade, oder? Ja. Es regnet. Ja. Hier ist auch alles... bewölkt. Mann, wenn jetzt... Ah, nein! Ich hab mich umzwingelt! Wo bist du denn? Wo ist denn... Wo ist denn überhaupt... Wo ist irgendwas? Wo bin ich? Jetzt fällst du unendlich. Das wär's ja noch. Ja, noch falle ich. Und irgendwie kommt der Boden echt nicht näher. Ja, wir warten noch mal ein bisschen, weil ich falle auf jeden Fall. Ja, auf jeden Fall. Oh mein Gott, das war unbeabsichtig. Ja. Still falling. Free hose. 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 Aber ich glaub doch, das kommt näher. Fire hose. Das kommt näher. Ich bin immer noch über den Wolken und falle immer noch, aber es kommt näher. Was auch immer unter den Wolken ist. Ich schwäme. Und ich schwäme. Meine Hand blutet. Du bist sicher, dass du nicht lenken kannst. Ja, ich hab kein Fallschirm. Jetzt bin ich gegen irgendwas gestolpert. Er hat grad so einen coolen Salto gemacht, aber fällt immer noch so. Ich kann nicht lenken. Ich hab kein Fallschirm. Er fällt einfach. So spackt die ganze Zeit mit seinen Arm rum, als ob der so... Ja, als ob der so tut, als ob er irgendwo runterfällt oder ganz so. Aber er fällt einfach und fällt. Doch, das kommt näher. Jetzt müsste ich gleich irgendwann durch... Ich bin immer mit den Wolken. Müsste ich gleich durchbrechen. Wenn der Wasser ist, dann bin ich doch tot. Wenn ich auf dem Wasser aufklatsche. Also da müsste die Stadt sein, in die Richtung. Auf jeden Fall, die ganzen Zeichen sind da. In die Richtung, okay. Ja, du müsst mal so südöstlich gucken, ne? Bin ich, glaub ich, ungefähr, ja. Aber mich siehst du nicht. Jetzt, jetzt, oh, ich hab mich gedreht. Jetzt falle ich mit dem Rücken zuerst. Vor allem die ganze Zeit mit dem Bauch zuerst. Aber ich falle. Ich hab das immer noch nicht mal auf der Map. Nee, ich falle auch immer noch. Aber jetzt komm ich gleich durch die Wolkendecke. Als wenn du so hoch bist. Doch, ich war so hoch. Ey, ich war ultra hoch, ey. Laber nicht. Da, da kommt das Wasser. Da kommt das Wasser. Da kommt das... Ja, doch, wirklich. Da kommt das Wasser jetzt. Also, es ist weit und breit nichts. Einfach nichts. Ich seh die Stadt nicht mal annähernd. So, jetzt sterbe ich wahrscheinlich gleich. Mit dem Rücken zuerst aus Wasser aufklatschen. Mann, Köpper. Flachköpper. Nächste? Tot. Stört schon nicht. Der hat sich im letzten Moment übt. Was? Stimmt, dass du nicht so gestorben bist, ne? Erzähl hätte auf jeden Fall irgendwas. Ich bin gestorben. Ey, wo bist du auch drangelaufen, als du da auf dem Bildschirm erschienen bist? Ja, ich war da einfach direkt vorm Tor. Oh, 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 oh. Ich kann mir Kopfkills snacken. Holst du, ich bestimmt nicht, ne? Also, ich tu den Düdel hier so ein bisschen rum, aber ich war ja, ich hab mich dann auch cool. Komm, ja. Ich kann auch mal eben versuchen, das... Ja, ich komme schon. Was? Mit dem Jump the Lake zu machen. Wollte Kopfkills snacken, oder ist er schon weg? Ja, ich stehe da noch. Kopfkills snacken. Ich stehe da noch. Ich mach das eben, ja? Ich mach, ich mach das eben, ja? Ja, mach mal. Ja? Ja, bestimmt nur so 1000 oder so ein bisschen. Ja, ist doch egal. Haben oder nicht haben. Ja, tu it. Gerade du brauchst es eigentlich, aber nö. Na ja, eigentlich brauch ich das, ne? Ich hab noch 1600, um genau zu sein. Gibt das viel, dieses Jump the Lake? Weiß ich nicht. Oh nein! Aber einfach mal, just for fun. Oh, jetzt bewegt er sich natürlich. Muschi. Muschi. Wer hat das gesagt? Warum sagst du solche bösen Wörter? Weiß ich nicht. Er ist doch gar nicht böse. Was so wundervoll ist. Muschi. Fotze, fotze. Keine bösen Wörter. Keine bösen Wörter. Mal sehen, ob ich den allen, 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 äh, bifter. Wat? Den allen holen kann mit meinem bifter. Bifterta, bifterta. Nein, kann ich nicht. Okay. Jetzt ist die Mission starten, wenn du willst. Online. Jobs. Hausjob. Pokémarkt. Pokémarkt? Pokémarkt. Weiß auch nicht, wie ich das alles einstellen muss. Keine Ahnung. So ein Affe hat mich eingeladen. Sorry. Hä, ist das so ein selbstgemachtes? Mhm. Können wir einmal sehen, ob die noch funktionieren und andererseits, ob die, ob das Ding ist. Hallo. Ich versuche mal einfach nur ein normaler Kuma. Ich habe gar keine getunt, die mehr mal getunt, das ist mir irgendwie. Ja, ich wette mal nicht. Bisschen fair. Das muss ich machen. Über den See sprengen. Muss ich weiter als Sub kommen, oder was? Ja, wer hatte zuerst darüber gekonnt, der hat halt gewonnen. Also, glaube ich. Wo bist du überhaupt? Oh, du denkst neben dir. Oh, le... Oh, ich bin direkt mal untergeflogen. Ja, ich aber auch. Ich glaube, jetzt mal ganz sanft. Oh, Mann. Das ist voll schwierig. Na ja, fast. Scheiße. Das ist echt voll heavy. Wupp. 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 Nein, nein, verdammt. Man muss gar nicht mal so schnell. Oh, Leute. Oder man springt zu kurz. I can do this. Oh, hey, oh, shit. Oh, lol. Du kommst einmal falsch drauf. Ja, ist echt so. Ist tricky. Ah, Mann. Du darfst auch keinmal zu kurz springen, ne? Du darfst auch nicht zu hart rumlenken. Ich versuche das jetzt so langsam wie möglich zu machen, aber oftmals spring ich dann einfach zu kurz. Und da war es so fun. Beim ersten darfst du nicht langsam sein. Okay, volle Pulle. Volle Fett. Ich habe noch nicht mal die erste Rampe getroffen, weil ich gelenkt habe. Volles Fett. Oh, ja. Und tschüss. Spätestens beim zweiten lenkt er irgendwie so komisch ein und dann muss man gegenlenken und dann fliegt man einfach runter. Ja, du musst nur minimal lenken. Nein. Vielleicht haben wir ja echt das alte Motorrad. Das kann sein. Wow. Nein, verpiss dich. Oh, Mann. War ich wieder weggedirkt oder was? Ja. We can do that. Oh, wie hat er geglitscht? Kacke, ey. Nein. Dau. Gott. Das sieht aber auch zu cool aus. Das war aber schon nicht schlecht. Erstmal Fullspeed hier. Ey, mach gleich ab. Wie ist dein Surf gestiegen? Mongo. Alter, das muss aber machbar sein. Ja. Besitz dich jetzt dran, bis wir das schaffen. Ich überspringe mal an der Rampe und dann fliegt er direkt ins Wasser. Hier, die überspringe ich immer. Jetzt bin ich da auch vor ins Wasser geflogen. Müssen wir mal mit Faggio machen. Ja, da kommst du ja nicht mal mit der ersten Rampe. Klar. Oh, lol. Was geht denn jetzt? Erstmal gedreht. Oh, tschüss. Au. Ist nicht wirklich auf die dritte oder vierte Rampe gekommen? Ja, einmal schon. Au. Ja. Ist auch weitergekommen. Alter, wie krass er dann einfach mal einlenkt, ey. Ey, das kann... Ey, die eine Rampe driftet ab. Zweite Rampe. Zu langsam. Pornspot durchgefallen. Die dritte Rampe driftet ab. Nein, bleib hier, Rampe. Oh mein Gott. Der muss noch nach links, dann noch nach unten legen. Tricky. Nein. Oh. Nein. Nein. Fick dich, Thomas. Ja. Ma fucker. Halt's wenn. Ja. Halt's Maul. Na, wie schmeckt dir das, ne? Alter, gib mir die Pumpe. Das ist doch immer gerade auch so, ey. Ja. Ja. Ich habe es geschafft. Welches Bier denn? Darf ich mir ja auch aussuchen. Ja. Na, kommt noch. Ne, sag jetzt. Warum? Dann haben wir das festgehalten. Ist das offiziell? Ja, offiziell. Ja, offiziell ist das schon. Ja, aber welches Bier? Ja, weiß ich nur nicht. Aber. Ah, keine Ahnung. Wieso muss das denn jetzt sein? Ist egal. Nehm dich. Nein, ich such mir das dann aus. Ich kann mich jetzt nicht entscheiden. Ich habe es geschafft, ey. Alter. Da war ich aber direkt hinter dir noch. Ja, du warst mega lange. Da bin ich dachte, das kann doch jetzt nicht sein, dass du das auch machst. Und dann ein so ein Scheißsprung. Mal wieder. Alter, weißt du, wie oft ich so knapp an der Kante war? Ich habe mich nur so gerade gerettet, ey. Wuhu. Geilo, geilo. Hey, wo bist du? Du bist gar nicht mehr in der Lobby, wa? Nein, natürlich nicht. Ist deine voll? Nein. Ist da überhaupt was drin? Nicht. Das reicht doch. Ja, da kannst du bei mir reinkommen. Ja, I'm on the way. Alter, bei dir hört man die ganze Zeit das Facebook-Kombe übrigens, wollte ich dir gerade sagen. Cut mit, ey. Danke. Die ganze Zeit schon. Klap, klap. Unglaublich, ey. Das ist so echt. Ich bin so, ey. Will ich mich jetzt verarschen, dass ihr genau hinter mir herkommt? Das war echt mega knapp. Und dann kam das immer näher. Dann gucke ich auf die Map und ich so, oh Gott, ich sehe schon Land. Scheiße. Keiner sagt ein Mucks. Ruhig bleiben, ruhig bleiben. Boah. Aber war schon eine Challenge. Ein bisschen, ja. Noch mehr von dem Scheiß? Nee, mehr hab ich nicht gespeichert. Gibt's denn noch mehr? Muss ich mal dann wieder online gucken. Also es funktioniert auf jeden Fall noch mit dem Creator. Ist ja schon mal gut. Alter, dein Facebook-Plum geht ja auf den Sack, ey. Wir haben ja auch. Stell auf den Ton aus. Boah, warte. Da gucke ich gerade. Facebook-Plum. Ja. Ein hoch. Ich bin schon wieder tot. Ich habe 2000 erhalten, weil ich mich gut verhalten habe. Ich habe noch mehr gekriegt. Ich habe 9000 gekriegt.